Mango, bist du auch ein echter Gamer? Nach dem heutigen Tag werde ich das sein, ja. Wir spielen Neon White. Ich weiß nicht, ob ihr den Leuten das gezeigt habt. Es ist ein First-Person-Platformer- und Shooter-Spiel. Das Ziel ist ein Level. Also die Level gehen unbedingt maximal so 10 Sekunden oder so. Diese Level so schnell wie möglich. Ja, es sind sehr, sehr kurze Level. Und ihr spielt 10 Stück. Also wir spielen basically die Tutorial-Level. Das sind 10 an der Zahl. Ich werfe euch in jedes rein. Ihr habt 10 Minuten Zeit, in dieser Zeit das Level so schnell wie möglich abzuschließen. Es gibt ein Leaderboard. Danach gibt es wie so Mario Kart mäßig Punkte. Ihr könnt alle gerne das Spiel starten und in den Anfangsscreen. Wenn ich gleich Start sage, beginnt das Tutorial. Ihr habt 10 Minuten Zeit, euch durch dieses Level zu navigieren und herauszufinden, wie hier überhaupt alles funktioniert. Mehr Tipps als WASD zum Bewegen und F drücken, wenn ihr das Level restarten wollt, werde ich euch nicht geben, weil alles andere macht das Spiel oder auch nicht. Okay, 3, 2, 1, go! So, ich hoffe, bei euch alles funktioniert. Ich gucke. Ja, okay, teilen wir da. Super. Okay. Okay, wir laufen jetzt hier durch und wir versuchen einfach schnell ans Ziel zu kommen. Ich habe keine Ahnung, wo das Ziel ist. Okay, im Wasser sind wir schneller. Aha. Kann ich das kaputt machen? Hier ist eine Karte. Springen. Springen mit Space. Das kriege ich hin. Dann sind wir hier oben. Wir springen weiter. Ja, das ist Wasser. Mit Wasser kann man sich beschleunigen. Okay. Hier muss ich rein. Level abgeschlossen. Okay, Wasser... Hey, kurze Frage, Tamina. Da unten ist Wasser. Was ist, wenn F nicht geht? Warte einfach, bis es geht. Okay, also ich stehe jetzt hier in nächstes Level spielen, Bewegung, Bezirk, Glashafen und mache nichts, ne? Du musst F drücken. F. Passiert nichts. Ja, warte, bis alles durch ist. Genau, und danach musst du Leertaste neu. Ah ja, und jetzt kann ich es wieder spielen, oder was? Genau. Genau, ja. Okay. Okay, wie komme ich da oben drauf? Von da. Was ist dieses Geschenk? Ich will das haben. Berecht mir das irgendwas? Okay, ich glaube, ich habe schon ein ungefähres Gefühl. Wir müssen über das Wasser gehen, auf jeden Fall. Gibt es... Kann man Momentum konserven? Nicht wirklich anscheinend. Was ist das Geschenk hier so? Sechser-Pack. Was bringt mir das jetzt? So, direkt ins Wasser. Dann durchs Wasser, weil im Wasser sind wir schneller. Nicht die Karte einsammeln. Dann direkt hier rüber. Wir müssen den Weg min-maxen. Irgendwo muss es doch noch einen schnelleren Weg hoch geben. Okay, 23 Sekunden. Ins Wasser. Was ist das? Oh. Oh. Ich habe hier irgendwie so ein... Oh, ist das der Kasten Bier gemacht? Und dann? Oh, da kann man ja viel früher springen. Okay, 21 Sekunden. Aber hier unten ist definitiv schon mal richtig. Da muss ich irgendwie schneller runterkommen. Zack, 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 zack. Hier schnell. Dann springen wir da rüber. So wenig Kontakt mit... Oh, nee. Da gehen wir durch. Ja. Okay. 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 19 zu 28. Okay. Okay, wait. Das Spiel ist jetzt echt cool. Oh mein Gott. Wie war ich da schon so viel schneller? Ich muss den Start mit min-maxen. Kann ich vielleicht... Man ist irgendwie in der Luft sehr, sehr langsam. Tabina, was, wenn man aus Versehen weitergedrückt hat? Okay, das ist aber viel langsamer. Okay. Wasser ist auf jeden Fall Kito-Success und nicht springen. Ja. Ja. Springen ist echt langsam. 19,02. Sehr gut. Wieso hat Dalu jetzt schon eine 18? Das ist doch frech. Ich muss den Start besser machen. Habe ich noch irgendwas übersehen hier vielleicht? Kann ich... ...irgendwo anders drauf? Ich glaube nicht. Einmal kurz gucken, ob ich noch irgendwas verpasst habe. Gibt es einen schnelleren Weg? Muss ich vielleicht hier durch, anstatt da so komisch Slalom zu laufen? Sehe ich gerade nicht. Okay. Ihr dürft euch gerne über das Spiel unterhalten, by the way, ne? Ich darf noch nicht reingucken, leider. Ich glaube, hier nicht springen. Und dann hier abkürzen. 18,98. Okay. Ich komme hier nicht schnell genug runter. Das ist echt schlimm. Ich weiß nicht, wie ich da noch mehr Zeit raus-min-maxen soll. Vielleicht hier drüber springen? Ich glaube, man verliert den Speedboos dann. Okay. Der Sprung hier, der kostet so viel Zeit, aber ich wüsste nicht, wie man schneller macht. Ich glaube, da kann ich früher springen. Das macht noch was aus. In der Luft habe ich noch ein bisschen länger, das Momentum. Ja, genau. Da kann ich noch 18,97. Wie komme ich hier schneller runter? Mein Timer läuft oben gar nicht, sehe ich gerade. Oh, okay, 18,77. Das war das Ende ein bisschen cleaner. Oh, okay, 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 okay. Ich glaube, am Start muss ich immer noch irgendwas ändern. Wie lange habe ich denn eigentlich noch? Ich sehe keine Zeit. Oh, schneller aufs Wasser hier. Nein. Oh mein Gott, schneller aufs Wasser, Lukas. Das war die ganze Zeit das Ding. Du Idiot. Wieso fällt mir das jetzt erst ein? Ich kann doch von hier schon aufs Wasser springen. Okay, nee, das ist gar nicht schneller. Wo holt Dalu denn da noch eine halbe Sekunde raus, sag mal? Das ist ja crazy. Nahti, 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 you're teasing me, you naughty, nahti. Vielleicht direkt hier drauf? Sobald ich einmal eine Seitwärtstaste antippe, werde ich auf jeden Fall direkt langsamer. Das darf ich nicht. Oh. Hop, hop, ich mache hop. Ich gebe mein Bestes hier zu hoppen. Servus. Äh, gerne den Run zu Ende machen, den ihr macht, danach ist durch. Oh, okay. Scheiße. Oh, das ist 0,03 Hintern. Alles klar, dann könnt ihr jetzt guten Gewissens auf nächstes Level spielen. Jetzt haben wir nur 10 Minuten, ne? Ab jetzt sind es nur noch 10 Minuten. 3, 2, 1 und go. Erop. Okay, brauchen wir das Schwert jetzt. Wir müssen natürlich eigentlich wieder, was ist das? Weiter. Läutern. Feuert wie ein Maschinengewehr. Karten abfeuern. Drücke, um die aktuelle Karte abzufeuern, enttäusche die Karte mit der Hilfe von Q. Und jetzt? Ah, okay, jetzt dahin. Ah, so und ich muss die alle töten. Okay, was ist denn jetzt hier schon mal, was ist denn hier schon mal der schnellste Weg? Der hier. Aber wie kommen wir dann hier rüber, ist die Frage. Ich glaube gar nicht mehr. Hä? Warte mal, jetzt wird hier plötzlich das hier angezeigt. Das soll schneller sein, als ins Wasser zu springen. Wo geht die Hand dann längs? Warte mal, da oben ist ein Geschenk. Wie komme ich da hin? Da geht die Hand längs. So, zack. Und dann? Oh, no way, dass man den Sprung schafft, oder? Das soll schneller sein, als durchs Wasser? Das glaube ich nicht. Okay. Hm. Ich versuche jetzt einmal so eine Zeit zu kriegen, die gut ist, erstmal. Oh, ich muss hier direkt da laufen. Ideal-Linie. Der Sprung hier ist auch giga-arsch. Aber hier muss man doch irgendwie schneller drüber kommen. No? Oh, auf jeden Fall. Okay, 11-11. Wo bin ich damit? Dalo ist jetzt schon eine Sekunde schneller, ist das widerlich. Höh! Wow. Das wäre gut gewesen. Oh! Das wäre auch gut gewesen. Oh, 11-06. Wie ist Dalo denn jetzt schon bei... ACHT SECUNDEN?! Okay, Moment. Ich übersehe irgendwas. Kann man hier vielleicht drauf hochlaufen? Nein. Okay. Irgendwas übersehe ich dann hier eindeutig. Wie kommt man denn auch da oben hin? Kann man sich damit in der Luft halten? Nein. Okay, was übersehe ich? Kann man das hier durchtrennen? Nein. Hä? Das ist halt immer noch eine 10-69. Wie ist Tamina denn auf 7... Okay, warte mal. Irgendwas übersehe ich hier. Ich versuche jetzt mal, der Hand nochmal zu folgen. Und dann? Irgendwas übersehe ich hier doch komplett. Ich muss die Waffe holen. Und was verpasse ich danach? Hä? Hä? Was ist jetzt passiert? Okay. Ah, okay. Und jetzt? Damit bin ich immer noch bei 10-69. Das ist ja scheiße. Oh, wait. Oh, mein Gott. Ich raff's. Okay. Ja, deswegen auch zwei Waffen. Run einmal beenden, bitte. Mann, ich hab den scheiß Text nicht gelesen, der auch vor meiner Nase stand. Ey, Leute, aber dritter Platz bisher. Dritter Platz haben wir bisher. Drei, zwei, eins, go. Mein Gott. Uff. Jetzt geht los. Au. Oh, okay. Das ist es aber. Okay. Ah, wer fehlt? Ah. Ah, nee. Das ist es logischerweise nicht. Okay. Okay. Ah, okay, da passiert jetzt viel, Alter. Oh, das war schlecht. Oh, und den hab ich schon wieder nicht erbestunden. Springen. Bumm. Das ist ein bisschen luck-based, weil die ungenau sind, die Schüsse. Das war gut. Okay, Leon hat jetzt schon bessere Zeit. Okay, denk nach, Lukas. Eins, zwei. Okay, das ist es nicht. Ich muss schon irgendwie hier fliegen. So, damit flieh ich direkt da durch. Okay. Ah. Ach, Mann. Okay, ja, das ist der Weg, glaub ich. Oh, nicht schlecht, hab ich da mit Leon. Dalu mit acht? Ja, Dalu hat denn acht Sekunden geschafft. Was? Okay, 966. Ich hab direkt eine Idee, was man machen kann. Das hier. Ja. Jetzt hab ich aber halt den ersten übersehen. Okay, maybe. Okay. Clean-ish. Oh, okay, okay, okay. Komm her, Dalu. Oh, okay, okay, okay. Right. Oh. Leon, was? So spät aus Wasser gekommen wieder. Da kann ich Zeit spannen. Ja. Da kann ich Zeit spannen. Oh, Dalu hat mich unter Boden. Ich glaub das nicht. Yeah. Bin ich unter Dalu? Oh, so knapp. Ach, das ist schon vorbei, yo. Ah. Leon. Alter, ich hatte euch fassen. Ich hab euch um ein Haar gehabt. Gut, dann macht euch gerne ready für das nächste Level. Ich bin so was vom Reinen. Bin so ready. Und dann geht's los in 3, 2, 1, go. Feuer hat wie eine Handfeuerwaffe. Ablegefähigkeit löst einen zweiten Sprung aus, also sie mit in der Luft einzusetzen. Aha. Ah, ich hab sie direkt nicht gekriegt. Wann macht man so? So, oh, hier ist aber Wasser. Igitt. Ich hasse es jetzt schon. Levelhinweis freigeschaltet. Yay. Oh, die brauch ich. Mhm. Ich glaub tatsächlich, aufs Wasser hier zu gehen ist wahrscheinlich schneller. Okay, dann haben wir ein Über am Ende. Können wir vielleicht einfach direkt hochspringen? Jep. Oh, Gott. Durch Airtime minimieren krieg ich halt schon viel Zeit raus hier. Die Karte, da brauch ich nicht. Wie seh ich bisher aus? Richtig scheiße. Wie hat er denn schon 11 Sekunden? Oh. Ja, okay, geht's hin. Da brauch ich trotzdem 11. Okay, aber das ist der Weg. Da muss ich den Wasserboost mitnehmen. Wasser, Wasser. Warte mal, ich nutze noch gar kein Wasser in dieser Map. Okay, 1185. Ja, geht's. Ah. Oh. 1107. Damit bin ich immer noch nicht mal annähernd an Dalu und Dingens dran. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Hey, 1093. Okay, wie kann ich hier noch Zeit rausholen? Da muss ich den Wasserboost mitnehmen. So, da gewinne ich schon mal gar nichts. Oh, das war schneller? Ich glaube, irgendwo übersehe ich noch was maßgebliches. Ja, da kann ich was sparen. Ja. Ja. Oh, mein Gott. Jetzt hat Sterzig mich sogar noch überholt. Ich glaube das nicht. M-m. Boah. What? Neun? Wie? Muss man hier? Ne. Wo habe ich die Pistole gelassen? Das ist crazy. Das ist wirklich crazy. Muss einmal das Ziel kommen neu. Die Motte haben die Punkte eingetragen. Nein. Sie gehen gerne schon mal zum nächsten Level. Drei. Zwei. Let's go. Go. Auf jeden Fall muss man hier ins Wasser. Das ist schon mal klar. Ich bin viel zu langsam. Was macht man dann hier einfach? Ach, chillig. Also. Da muss ich den zweiten hinten auch abschießen. Genau. Dann habe ich aber keinen hiervon. Geht aber. Ist nicht schlimm. Doch, ist schlimm. Ja, ist schlimm. Weil du gibst ja auch eine Pistole, die ich brauche. Wow. Okay, das ist nicht so einfach. Hier gibt es irgendein Geheimnis. Ich will mal kurz das Geschenk da oben holen. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Aber ich will es kurz haben. Achso, das bringt mir gar nichts. Das ist legit Story. Gegenstande oder was? Wieso habe ich gerade einen Speedboost bekommen? Wovon? Oh, weil ich den getötet habe. Huch. Das Level ist weird. Ist das Wasser? Oder ist es das Ende, das ich einfach zu oft verkacke? Hä? Muss ich? Warte mal. Ne, ich komme hier nirgendwo. Wenn ich einmal unten bin, komme ich nicht wieder rauf. Ich bin so verwirrt. Ah, da kann ich sparen. Nee. Ach. Hä? 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 Warte mal. Was passiert denn, wenn ich... Oh. Oh mein Gott. Hä? Was? Oh mein Gott. Ewig gedauert schon wieder, ey. Oh. Mann, jetzt sind die letzten drei Sekunden. Das kann doch nicht sein. Runheimer beenden, bitte. Und dann, äh, sind Punkte gezählt. Alter, ich bin so schwer vor dem Begriff, das ist unglaublich. Ich hab natürlich neun Minuten gebraucht, um den Weg zu checken. Also, die letzte Minute war es wieder einfach noch. Drei, zwei, eins, go. Was ist das? Hä? Der Tipp kommt jetzt! Ja. Leon, jetzt erst. Okay, mh-hm. Na, da ist auf jeden Fall die erste Abkürzung. Ass-Medaille. Sehr gut. Okay, erste Abkürzung. Ja, wird immer besser schon. Okay, komm. Um. Oh, 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 oh. Das war gut. Okay, da können wir auch noch direkt springen. Da müssen wir nicht auf dem Holz landen. Termin hat 18,9. Ah, muss ich vielleicht nicht? Warte mal, das war ne 19. Ich glaube, man muss die letzte Pistole mitnehmen. 18,8,5. Okay. Hier am Ende kann man definitiv noch mal ein bisschen was rausholen. 18,7,9. Okay. Start entscheidet sich basically, wo du landest hier an den paar Dingern. Ja. 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 Ja, 6,5. Sehr gut. Oh, was? Wie war das langsamer? Oh, oh. Erst mal auf den Fersen. Hm, warte mal. Ich hab ne Idee. Oh, den Weg nach oben hab ich so viel besser genommen in meiner Bestzeit. Jetzt haben sie mich beide überholt. Ich glaub das nicht. Ich glaub, wenn ich da ein bisschen die Kante mitnehme, bin ich schneller. Die Kante boostet mich so ein bisschen nach vorne. Aber nicht, wenn ich am Start schon so viel langsamer bin. Ja. Oh. Hä? Wie hab ich das eine mal... Wie war ich das eine mal so schnell? Boah. Boah. Jut. Oh. Das war's. Einmal bitte beenden. Oh mein Gott. Bist du auch auf 591 geendet, Leon? Äh, ja. Ich hab in der letzten Sekunde 591 gleich gezogen. Oh. Drei. Zwei. Eins. Go. Gläfigkeit in der Seelenkarte zu aktivieren. Leute, uns mal unterst... Achso, ja, schön. Klasse. Geht schon los? Ja, schon seit zwei Minuten oder so. Oder seit 30 Sekunden. Okay. Am liebsten würde ich halt hier die schon wegmachen können. Okay, den Boost zu nehmen ist aber auch nicht so smart, actually. Warum können die nicht besser schießen? Dann könnte ich die parieren. Yeah, no way, dass das der schnellste Weg ist. Das ist jetzt hier auch irgendwas. Kommt man hier irgendwie anders raus? Scheint nicht. Obwohl, ich könnte halt... Oh wait, ich könnte halt den hier machen. Ah, okay. Mhm. Mhm. Okay, ich weiß, was wir machen müssen. Zack. Yep. Yep. Yep, 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 yep. Yep, der erste Spade. Yep. Okay, es gibt noch eine größere Abkürzung offensichtlich. Elf? Wait, wo soll man denn so viele Sekunden rausholen? Also selbst, wenn ich hier ins Dingens gehe. Nee, hä? Wait, muss man vielleicht doch? Und dann hier ins Wasser? Nein, in keinem Universum ist das schneller. Hä? Denk nach, Lukas. Also ich muss hier mit dem Ding rauskommen. Ich könnte so hier rauskommen. Aber das ist es auch nicht. Der Weg ist definitiv schneller. Was ist denn hier am schnellsten? Moment, let me think. Wenn ich das hier kriege... Ich kriege das hier. Das ist... Ich sehe keinen schnelleren Weg. Ist das Wasser der schnellere Weg? Oh, wait. Ist das Wasser? Wieso habe ich diesen komischen Weg schon wieder nicht? Wir haben doch drei Level, oder? Ich möchte einfach die Clips von Dalu studieren. Das hier, was jetzt kommt, ist eins meiner Faves. Okay. Bin ich sehr gespannt, was ihr draus macht. Gut, anyways. Die ist sehr schwer oder sehr einfach. Drei, zwei, eins, go. Ja, danke. Das hier, was ich. Mhm. 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 Oh Gott. Hahaha. Okay, hier kann man ja jede Scheiße abkürzen. Ist schon mal klar. Okay, ja. Ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Das war zu weit vor. Hmm. Mhm. Let's see anyone beat that. Boah. Okay, da darf ich auch nicht springen. Oh. Da kann ich noch im Wasser mich boosten. Dann wird das besser. Okay. Warte mal, Tamina hat zwölf. Das heißt, wir übersehen hier etwas Grundsätzliches. Okay. Hier kommt man nicht anders hoch. Maybe? Sorry? Mhm. Warte, ich hab's, Leute. Ich hab's nicht. Nee. Nee, das ist es nicht. Wait, what? Jetzt ist ja schon Ziel. Wait, that's so wild. Oh nee, Dalu hat's raus. Ich glaub nicht, dass ich da draufkomme. Oh! Die Boost-Stacken. Kann man hier rechts rein? Okay. Ja, wie lange noch? Vier Minuten. Schaff ich. Nicht springen, Lukas. Dann muss ich hier noch ein bisschen besser zählen. Okay. Oh, okay, ja. Das ist es aber. Boah, trotzdem 13. Das Gefühl, auf die erste rote könnte ich auch noch anders kommen. Wo bin ich gerade? 12-3, 12-1, Junge. Das ist schon wieder brutal. Jetzt gibt's mein Headset leer, ich glaub das nicht. Je direkter der Weg, desto schneller. Je direkter der Weg, desto schneller. Ja! Also, das würde ich hierher Ah Ich check auf jeden Fall, warum du die Web feierst, Tamina Die Web war so geil Gut, alles klar Drei, zwei, eins, go Okay Hier darf man auf jeden Fall Man kriegt halt keine zweite Waffe irgendwo Oh mein Gott Das heißt, man muss die hier behalten erstmal Da ist nix mit Boosten Hier kann man auch nicht mal ein bisschen schummeln Ne, da geht gar nix mit schummeln Also hier kann man so runterfliegen Aber hier muss man springen Hier muss man springen Auch immer, das war kein Bild 27, 24, okay, also nur Min Maxing Das ist übel lang, das ist nicht einfach Ach Ich über wechseln, scheiße Ich weiß, der bringt mir gar nichts Außer ein bisschen schneller Obwohl, das Boosten könnte schon was bringen I'm not sure though Ne, das bringt nix Ich glaube nicht, dass es da was zu Min Maxing gibt Großartig Das ist wirklich nur das Parthing Das ist nicht easy 24 hat Leon Okay, dann gibt es irgendwo definitiv eine Abkürzung Wieso bin ich so viel schneller gewesen In meinem PB Start Oh, hier muss man direkt aufs Wasser Junge, wo Aber wo hat er denn da drei Sekunden rausgeholt Das geht um Das geht um Das geht um Das Level ist für die Scheiße Das Level ist Ass by the way Irgendwo ist ein großer Trick auf jeden Fall Ich hatte es die ganze Zeit im Gespür Ich hätte nur mal vernünftiges machen müssen Wow, okay Wie habe ich das gemacht? Wie habe ich das gemacht? Da war ich so ineffizient danach Aber davor war ich super effizient Ah, Min Maxing Das Gefühl, ich muss hier nicht überall springen Aber ich sterbe da und wenn ich es probiere ohne zu springen Wie 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 Fiiiie Ah Aber ist es wirklich schneller da Nicht wirklich, oder? Wie habe ich das gemacht? Wie war ich so viel schneller? Level bitte beenden Letzten Run Ich fühle mich immer wie so eine Lehrerin Die sagt, so jetzt bitte die Stifte hinlegen Boah, Digga, im letzten Run nochmal verbessert, Alter Aber das kann nicht sein Das geht schon wieder alles Es macht einen auch so aggressiv, ne? Man kriegt so die übelsten Man kriegt so die übelsten Aggressionen, wenn man so diesen weißen Schatten Vor einem sieht Und plötzlich, du denkst dir Wie warst du so schnell? Gut, alles klar Dann, großes Finale Drei Zwei Eins Go Oh Gott Da muss man holen Okay Ich drop die Pistole Die muss man mitnehmen Äh, bitte was? Oh mein Gott Gesundheit? Okay What the fuck? Sind hier noch irgendwo Dämonen Hier jetzt wieder Bro, was? Was? Bitte, was? Natürlich Ja, nee Jetzt wird's halt auch schon direkt zu komplex Die muss ich wahrscheinlich mitnehmen Da muss ich wechseln auf die andere Weil das hier Brauch ich nicht Kann ich hier direkt hochspringen Da wollte ich eigentlich gerade eine lila nehmen Aber gut What the fuck Ja, das ist gut Wo hab ich ihn übersehen? Ach du Kacke Brauchen den Zack, zack, zack Das heißt, wir müssen hier mit Pistolen hoch Dann wollen wir den hier machen Dann wollen wir den hier machen Dann können wir die ignorieren Die müssen wir wegbomben eigentlich Da dürfen wir nicht hin, da unten Der erste muss treffen Und dann kann ich hier rüber Ja, aber irgendwie bin ich immer noch schneller Mit meinem Ghost Der einen anderen Weg gegangen ist Ist ein bisschen weird Das bringt wirklich kaum was Kann ich hier ganz vorbei Kann ich hier ganz vorbei? Ja Ja Auf jeden Fall Ah Maybe Oh, wait Wait, ich kann doch einfach da geradeaus hoch Ah Would you look at that Da sind ja gar keine Gegner Ich kann ja einfach hier hoch Okay, that makes sense Okay, 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 okay Immer noch am unteren Ende Weil die schon alle viel früher gerafft haben Als ich wieder Ach fuck, man Das ist so schlecht Da muss ich mir noch das Weapon Management hinkriegen Ich glaube, ich kann den da einmal einfach wegbomben Ich kann den definitiv wegbomben Oh mein Gott Ich schalte dich schnell genug Ja, das ist Display Man muss ja richtig schnell denken, ey Nein Ja, das ist der Weg Das Level nimmt mir gerade aber erfolgreich die Lust an dem Spiel Ach, da muss ich jetzt wechseln Ja Das wechseln, also Nee, und da muss ich dann wechseln Ja, ich weiß Ach Uff Ja Das ist der Weg Okay Mach den Try noch zu Ende Und danach kriegt ihr noch einen weiteren Natürlich Was meinst du? Mach den zu Ende und dann was? Dürft ihr noch eine weitere Runde Ich gebe euch noch einen Run Eine letzte? Eine neue Map oder noch einen Run? Nen Run, nen Run Okay Let's the Run Nein Ja, werde ich eh nicht mehr besser kriegen Geht's noch weiter? Weil, kann da reden Ja, ja, dürfen Was ist denn los? Wir dürfen noch Warum? Ein Run, ein Run Ich habe noch gesagt, ein Run dürfen Oh, ein Run Oh mein Gott Ja, ne I fucked up Ich habe einen nicht erwischt Ja, ne, ne, ne Das dabei bleibt's Warte mal, ich habe Was? Also die Map hat mich auf der Map hat mich das Spiel offiziell verloren Ich habe einen Lucky Run Ich habe einen Lucky Run Du hast doch voll raufgehauen Es war übel Lucky Ich habe es nicht mehr gemerkt Die Ergebnisse sind da, ja No way, Mazzard That's it Gleichstand Gleichstand, let's go Gleichstand Yeah Oh, fünf Punkte Gott, scheiße Nice Vielen, vielen Dank Ebenso Danke für die Einladung 300-Möhen-Abend Und für die Einladung Vielen Dank von MIGA Geil Ciao, ciao Ciao Danke Danke Dankeschön Tschüss